Musik Musikalischer Frühschotten des Gesangsvereins Eintracht-Hausen Bereits zum 18. Mal fand die traditionsreiche Veranstaltung im Bürgerhaus Hausen mit den Original-Biberthaler Musikanten statt. Die seit über 40 Jahren bestehende Biberthaler Kapelle glänzte mit volkstümlicher Blasmusik über Polkas, Oldies und Schlagern bis hin zu den modernen Titeln der Stimmungs- und Unterhaltungsmusik. Für den Gesang im vollbesetzten Bürgerhaus sorgten Katja Brück und Alexander Römer. Am Nachmittag wurde aus dem Frühschoppen dann ein Café Kranz mit Blasmusik für Jung und Alt. Im vergangenen Jahr konnten die Hausener Sänger 500 Euro an die Tour der Hoffnung spenden und auch in diesem Jahr unterstützten sie mit ihrem Frühschoppen die Tour, die auch in diesem Jahr für krebskranke Kinder rollt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017